Börsetagesgewinn 15.782 Euro am 18.11.2022 Trader D. Seltsamek kennt sie YouTube Scheinzeitstück Einkauf Einzelpreisverkauf Verkaufspreis Freitag 18.11.2022 Turbo Zertifikat auf Brandgrude Oil Future 2001-2023 Klammer auf Ice Europe Klammer zu USD Schrägstrich Put ISIN 0 LX2 NAA 6 WKN LX2 NAA Oil Put 3675 Euro 21 3675 Euro 21 7 Uhr 25 bis 7 Uhr 44 4274 10.000 Euro 2 Euro 34 0 0 13.675 Euro 21 3 Euro 20 0 0 Turbo Zertifikat auf Brandgrude Oil Future 2001-2023 Klammer auf Ice Europe Klammer zu USD Schrägstrich Call ISIN 0 LX2 J8 J6 WKN LX2 J8 J Oil Call 4556 Euro 27 8881 Euro 6 7 Uhr 46 bis 8 Uhr 1 4400 15.000 Euro 2 Euro 27 0 0 10.881 6 Euro 2 Euro 47 0 0 Turbo Zertifikat auf DAX Schrägstrich Call ISIN 0 LX2 NB 12 WKN LX2 NB 1 DAX Call 15.782 Euro 69 11.226 Euro 42 8 Uhr 6 bis 13 Uhr 45 9.434 10.000 Euro 1 Euro 0600 21.226 Euro 42 2 Euro 25 00 21. podríais laur Signomen 32.000 Euro